hey 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 und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu it takes two einer der uns von vorne zeigt und einer der uns den drehwagen verpasst auf deiner zeit nein ich sage ich jede folge über was schlechtes über die sie macht das immer sie lässt es auch nie ja dann wir müssen jetzt y drücken ich drücke y oder müssen wir gleich ach so also da konnte ich gerade irgendwas machen ja ja okay es gibt aber richtig speed hier auf jeden fall macht spaß wir stimmen auch wenn man das jetzt gerade gar nicht so zieht die nicht mehr ach so dann war das beide wahrscheinlich obwohl das sind doch beide farben dran oder nicht jetzt hat sie es nicht angenommen obwohl ich eigentlich nahe genug war komm jetzt nimmt es aber an hallo hier aber deine warte mal wo gehe ich dahin mit zum du musst erst mal was zurückgucken du musst erst mal was holen da hinten glaube ich ihr bleibt mal hier ja wieso ist doch deine ja aber ich kann alleine nichts machen das reicht ja nicht um hochzukommen da ist aber warum soll ich dann da bleiben ich muss erst mal gucken ob ich was machen können ja ja da oben kann man rumhangeln ich denke mal die haken muss holen kann ich darauf ja ich sehe nichts einstellung das ist grauenhaft kann ich irgendwie zu dir gucken so ich bin drauf du kannst dich wieder wegschieben das ist schön musst du dann da hinten zu den haken oder wo musst du hin das ist eine gute frage ich denke mal entweder hat oder dort drüben auf der anderen seite aber was ist da mal die haken komme ich da von unten dran das ist also ich denke mal dass du wahrscheinlich auf der anderen seite habe ich dich ja nur her geholt also das glaube ich eher nicht ja aber warum ist es da so zum hoch hallo jetzt schiebt man sich jetzt nicht mit mit ein sklave ach so doch kommst du ran ja 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 das könnte ich glaube aber ja dann mach mal kaputt vielleicht komme ich dann hier hoch ja ach so bist du denn da ach so warte mal du bist eine wucht schatz ich weiß ich bin eine wuchtbombe jetzt komme ich da nicht hoch will die mich jetzt verarschen man wie da musst du hinkommen ja ja ich habe es geschafft aber nichts ist nichts okay dann folge ich dir mal wie so ein schoß hühnchen auf dem fuß okay das musst du machen da kommst du hin ich kann doch so warte mal ja 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 du musst dich da dran hängen so falsche taste bist du dran so warte aber ich warte mal bis du das geholt hast das andere weil es wäre ein bisschen weit weg da komm schon er zeigt sondern so jetzt nein jetzt jetzt weiß ich warum das so vibriert weil du da dran hängst ich kann warte doch erstmal bist du ganz am ende bist nein ich habe es gesehen das ende war ja ich kann ach nee warte mal lass mich mal bitte ach so ja ich ziehe das ja tschüss ok wuhu hä was hast du jetzt gemacht so ich bin weiter jetzt kriege ich drehen wo mich kotz gleich boah wenn es gleich nach rechts geht rb drücken ooooh scheiße ooooh nach dem langen auch wieder rb danach kommt dann auch wieder was rb und danach musst du drücken damit überhaupt hochkommst du den magneten und wenn du dann fliegst ist wieder rb beim zweiten mal glaube ich ooooh ich glaube wir sind gleich angekommen ja auch ok ok Okay. Mr. Crazy. Uh, yeah. Our relationship's already collapsed. Remember? When something collapses, something new can be built. And then the attraction can grow freely, you know? Oh, no. Oh, yes! Let's break it, baby! Come on! Okay. Oh. 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 Was machen? Ich weiß nicht. Ja, springen und ausweichen irgendwie. Ja, ich bin tot. Keine Ahnung. Wow. Und RB drücken, wenn das kommt. Oh. Oh. Nein! Warum bin ich da jetzt nicht hin? Hä? Da war jetzt ein Sprung, der war seltsam. Hä? Den konntest du gar nicht machen. Aber er hat mich dann irgendwie richtig hingesetzt. Keine Ahnung. Wow. Äh, ich hänge. Ich hänge, ich komm runter. Äh, 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 ich hänge. Zur Not immer, äh, RB drücken. Ja, ja, ich, ich hing aber fest. Juhu! Ich bin in ein schwarzes Loch gespielt. Na ja, es war im Glitzer, ne? Im Glitzer. Wir sind getrennt. Ach. Okay. Aber wir sind, äh... Ah! Ah! Das war eine Anziehungskraft, Schatz. Ja. Das war eine sehr hohe Anziehungskraft. Das war die falsche Seite von mir, oder? Du kannst da rüber fetzen, aber ich nicht. Äh, aber du bist doch gerade da angezogen worden. Ja, angezogen worden, aber ich kann mich nicht abstoßen. Du kannst dich doch abstoßen davon. Ach so, das meinst du jetzt. Ja, ja, ja. Ich dachte, du meinst noch hier. Schau mal. Ich kann mich mit dir... So, jetzt mach mal. Mach mal. Ich komm aber nicht hoch jetzt. Wie? Doch, probier mal. Jetzt drück du mal vielleicht? Nein, ich kann nicht. Ich hab ja... Ja, ich kann nicht mehr jetzt. Ach so. Ich dachte. Aber ich denke, das ist dafür da, dass ich dich irgendwie anziehen kann. Ach so, das... Ja, okay, nee, nee. Und hier musst du jetzt rüber. Ja. Aber wieso haben wir jetzt auf einmal so eine starke Anziehungskraft? Ja, das war vorher nicht. Das ist jetzt neu, glaube ich. Das haben sie... Da muss ich doch entwickeln. Ja, wir entwickeln uns aber nicht. Wir sind immer auf dem gleichen Scheißstand unserer Beziehung, hat er doch gesagt. Ja, okay, das stimmt. Aber wir sind magnetischer geworden. Äh... Äh, okay. Äh, wie soll das denn gehen? Können wir uns gegenseitig irgendwie anziehen? Darüber oder sowas? Warte mal. Ach so, genau. Ich spring mal. Doppelsprung. Und dann ziehst du dich rüber und springst vor mir weg. Ja, das... Das krieg ich hin. Jetzt! Nein! Das krieg ich nicht hin. Wieso bin ich jetzt an dir dran? Ja. Warte mal, warte mal. Bleib mal stehen. Doch, dann muss ich los... Ach so, okay. Okay, okay. Nochmal? Ja? Aber... Ja, okay. Ja, fast. Aber du kannst so rüber. Aber die Idee mit der Anziehungskraft, Schatz, die war schon richtig. Ja. Da kannst du irgendwas hin machen, aber... Ne, kann ich nicht. Das ist nur ein Warnschild, oder? Kannst du mal aufhören, mir ständig auf meine Schulter zu springen. We just have to get up this hill. Easy. Ja, aber so kann ich schneller vor... Komm. Ja, komm, gehst du wohl runter. Hey, das ist zu schwer. Geh runter. Was für ein Seil. Ach so. Oh, da komm ich nicht hin. Mann, weißt du, du machst nur Scheiße. Und wenn ich einmal diesen Blödsinn mitmache, ne? Ja. Dann komm wir in so eine Situation. Was für ein Seil? Wo war das Seil? Ja, ich glaub, die meinten hier das Ding. Ach so. Ach so, ich soll zu dir gehen. Nein. Doch. Oder? Ja, ja. Geh hoch. Ach so, dann kann ich gehen. Ne. Ich kann mich nicht bewegen. Ich bin zwei... Ach so. Jetzt weiter. Jetzt weiter, weiter, weiter. Komm. Jetzt muss ich das machen. Komm schnell. Ja, dann mach das auch. Nein. Mach das schnell. Ja, ich mach's doch. Ja, das geht nicht. Ja, das geht nicht. Ja, das geht nicht. Was ist das für ein Scheiß? Bleib bei dir. Wo hängen wir jetzt? Äh, okay. Okay. Dann, ich komme nicht weit. Schnell, mach das, mach das, mach das. Nein, ich will hier hoch. Ich versteck mich hinter dem Ding hier. Ja, toll. Ich kann's nicht nehmen. Jetzt bin ich kaputt. Komm, mach nicht die Sieg zu mir. Kann hier's nicht. Doch. Hä, wieso konnte ich dich dann die ganze Zeit nicht? Weil, weil wird der Sturm ist doch nicht weg. Na, und jetzt. Halt dich fest. Halt dich fest. Halt dich fest. Ja, es geht nicht. Doch, bleib einfach drauf. Bleib drauf. Du wirst nur bis zu einem gewissen Maß zurückgezogen, Mann. Boah, das ist krass. Und weiter, weiter, weiter. Boah, das ist scheiße. B gedrückt halten. In den Tunnel rein. Wo? Der Tunnel geht mir nicht für mich. Doch. Ich sehe nichts mehr. Ja, ich auch nicht. Ich bin einfach mal hier. Wo denn? Ach, da. Warte, warte. Ist das denn richtig? Ja, wir müssen doch nach oben. Ich würde nicht nach rechts. Ich... Oh, es ist zu stark. Und da? Oh, nee. Ja, aber dann müssen wir uns da jetzt doch festhalten, damit das aufhört, oder wie? Ja, halt dich da fest, Mann, denn du kannst es doch... Ja, aber du musst dann da rausgehen, oder? Ja, eigentlich ja. Aber das Problem ist, wir müssen doch da oben hin und nicht nach da, oder? Und dann müssen wir doch hier hin. kommen wir zu mir. Ach, hier rum. Ja. Ach, hier rum. Ach, hier, warte mal. Hier ist es für dich? Ja, hier oben. Äh, nein, 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 nicht so weit weg. Hallo, ich kann dich da nicht mehr. Ja, komm her. Komm her. Das sieht so süß aus mit dem Huckepack immer. Ein kleiner Push. Na los, mein Schatz, push mich. Äh, aua. Warte mal. Da ist ein Gelbes. Da ist aber noch ein Blaues dahinten. Da müsstest du dich festhalten können. Ja, aber... Ja, klar, aber... Soll ich da rüberkommen? Ja, das wird heftig. Du musst zu den Blauen rüber. Ich probiere mal eben was anderes. Bleib du mal hier. Okay. Halt dich fest, halt dich fest. Ja. Aber ich komme nicht zu dir, oder? Muss ich da jetzt wirklich rein und mich festhalten bei dir? Oh Gott. Warte mal, warte mal. Oh. Okay. Okay. Warte mal. Ähm. Was ist hier? Da kommen wir jetzt wieder zurück. Aber das ist das Gleiche. Ne, ne, das ist es nicht. Wir müssen da rüber. Oder? Ne, das ist doch... Ja, aber ist das nur die andere Seite. Ne, ne, das ist das... Ach so, wir müssen aber dann hier... Ja, aber da kommen wir ja nicht hin. Du denkst, du kannst es alleine machen, auf der anderen Seite. Nein. Meine ich nicht. Ach, wir müssen in die Mitte. Wie kommen wir denn in die Mitte? Hä? Und wenn du auf der anderen Seite bist, was ist dann? Ja, aber dann fliege ich doch da runter. Ich meine, muss man eben was gucken. Also hier geht es auch nicht hinlang. Aber du weißt, was... Ah! Nein! Oh. Deswegen sollte immer nur einer von uns das erkunden. Wirst du, da fliegst du doch... Ich meine, du kannst dich da festhalten an der Mitte. Aber was bringt dir das dann? Nein, das nicht gerade. Das funktioniert irgendwie nicht. Ja, aber wie gesagt, was bringt dir das dann? Ich komme ja auch nicht näher ran. Ich komme nicht hoch. Ja, das meine ich ja damit. Du kommst doch gar nicht... Ich meine, der hat ja auch gesagt, ich soll das machen. Aber ich habe hier nichts zum festhalten. Das ist mein Problem. Nee, es geht nicht. Keine Chance. Warte mal. Ach so! Ich weiß, was wir machen müssen. Ach, wir sind doof. Bleib nur mal da. Wir haben doch die... Das ist doch dieses Tor. Und wir sind doch anziehend. Ja. Wir müssen beide uns in der Mitte anziehen jetzt. Nee, bleib nur hier zu. Ach so, müssen wir da... Wären wir da nicht weg gewesen? Das weiß ich nicht. Wir müssen in die Mitte kommen. Also bei drei, ja? Ja. Mach mal. Eins, zwei, drei. War das eine schlaue Idee? Oder war das eine schlaue Idee? So eins von einer Million Male hast du auch mal eine schlaue Idee. Da hast du recht. Boah. Ich fahr meinen Fahrstuhl. Bleib du draußen. Wir haben es geschafft. Ja! Das war gut, wie du warst. Ja! Ja, das ist großartig. Du hast einen Popschutz. Ach, der ist aus Holz. Du hast Ohrschütze eigentlich nicht. Ah, oh! Ja, hier. Oh, mei! Schau! Schau! Die Nordlichter. Ja, wir haben die Südheit zurückgebracht. Jetzt weiß ich, warum das Buch uns hier hat. Ja. Das ist dort, wo ich versuchte. Ich war... Ich war so nervös. Ich weiß. Und das macht es speziell. Wirklich? Du kennst... Wie hast du ganze Sprache vergessen? Es war die schlimmste Proposal in der Geschichte von Proposal. Nein, Cody. Ich bin nicht auf die Sprache. Es war die Art, wie du es handelt hast. Keine Gefangenen, wie du bist. Es war so nett. La, 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 la. Hallo. Was ein schöner Moment, ihr zwei. Du machst großartig. Wir haben noch mehr Arbeit, zu tun. Sind Sie bereit? Los geht's! Los geht's! Also, ich glaub ja immer noch, am Ende steht der Kuss. Und dann ist der Bann gebrochen. Vielleicht. Dann wär's ein Happy End. Aber dann wär's auch nicht wirklich sehr realistisch. Andererseits, das ist ein Spiel, nicht die Realität. Ja. Aber du weißt, wie das bei dem anderen Spiel war. Da gab's auch kein Happy End. Wer weiß das schon. Aber hier muss es eins geben. Es geht doch schließlich um ein Kind. Ja. Die kann ja jetzt schlecht alleine leben, oder? Nee, nee. Damit meine ich halt, ob sie sich trennen oder nicht trennen. Dann wär sie ja trotzdem nicht alleine. Da! Siehst du? Am Ende steht ein Kuss. So, ich hatte recht. Hihihi. Mann, seh ich hässlich aus. Du grinst so komisch. Aha! Let's it be number two! Congratulations! Isn't this exciting? Yes, we're thrilled. Good! Now, how do you find your purpose in life? Hm? Through... Wait for it... Passion! Yeah, uh... I still don't see the connection here. Because you've lost your passion, Cody! The passion that lights the path to your purpose in life! Passion, path, purpose, passion, you know, huh? Uh... No. Maybe he's talking about you wanting to be a gardener. Good me! Tell him! Tell him! Well, we partly moved here because you wanted to build your own garden. And then you just let it go. I never understood why. Well... I mean... Firstly, you never really... Encouraged me. Like... At all. And, uh... And secondly... You never really seemed to appreciate what I did. Oh, so now it's my fault. You see? This is why we can't live together. You see? That's why I gave up. I do see! But look what it did to your relationship! Cody! It's time! To awaken! Compassion! Hiya! Hiya! Hoo! Hiya! Whoa! It's come to God. Look! It's my garden! Look how everything has grown! No, Cody. It's you who shrank. Oh, yeah. But everything still looks... Beautiful. Ugh. And... And all thanks to my painstaking groundwork, I might add. Oh, really? Painstaking groundwork, huh? Look at this! Come on! What is that? I didn't implant that. What is it? Use your head! And you will understand soon enough! My head? Yeah! Whoa! 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 Oh je! Oh je! He! Wo hast du wieder was zu schießen? Das war wieder klar. Eine Unkrautspritze. Ich watch mal so. Ich wollte gerade sagen, das bestimmt um das Unkraut hier zu machen. Oh nein. Oh nein. Oh nein! Aber bevor wir jetzt hier irgendetwas drücken und ich will es wirklich nicht probieren, also ich will es schon gerne probieren. Du solltest es nicht machen, damit eben nicht gezeigt wird, was passiert. Aber danke, dass du jetzt gerade alles versaut hast und uns die Vorfreude genommen hast. Nein, habe ich nicht. Wie gesagt, bevor, ich kann nicht mehr reden, bevor wir so etwas machen, machen wir jetzt hier erstmal einen kleinen Cut und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und dann hoffentlich so, dass ich wieder reden kann. Bis dann. Ciao. Ciao.